Ich bin Philipp Katzmann. Ich arbeite im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld und mit mir 5.399 andere Menschen. Was bedeutet, das sind eine Menge Lebensgeschichten, die für verschiedene Themen stehen, die mit unserem Klinikum verbunden sind. Mich interessiert, was sind das für Menschen? Womit beschäftigen sie sich in ihrem Alltag? Was ist ihre ganz eigene Geschichte? Ihre Geschichte in unserem Haus und darüber hinaus? Ich bin gespannt, was sie bereit sind, mir davon zu erzählen. Dass ich mich für Menschen und ihre Themen interessiere, liegt vermutlich an meiner Neugier und so ein bisschen an meinem Job. Ich bin Pastor, Seelsorger und theologischer Direktor im IVKB und Mara. Was ich daran so spannend finde, in diesem Job komme ich viel rum bei uns und treffe Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Von Notaufnahme bis Info, von Verwaltung bis Station, von Gesundheitsschule bis zur Kinderklinik. Ein absoluter Querschnitt. Und genau diese Menschen möchte ich euch vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Das war 24-7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bekel. Das war 24-7, der Podcast des Evangelischen Klinik.